In diesem gesamten Kapitel geht es darum, ein bisschen mehr Praxis in das theoretische Wissen von 3D zu bringen, also beispielsweise mal Objekte zu generieren, zu beleuchten, in 2D-Szenen einzubauen, lauter solche Sachen, das möchte ich gerne mal mit euch machen. Und beginnen tun wir mit einem Alltagsgegenstand, den wir komplett bauen, texturieren und beleuchten. Das ist eine Pfeffermühle oder Salzmühle, je nachdem, was ihr da reinpackt. Die findet ihr als Datei in den Arbeitsmaterialien. Ich mache die mal auf und die heißt ganz einfach nur Mühle JPEG und die öffnen wir mal. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht ein bisschen, dass die so seltsam aufgenommen ist, dass hier unten kein Platz mehr ist und ansonsten ein recht langweiliger Hintergrund. Aber ich möchte natürlich genau diese Mühle später haben. Die soll auch aus Holz sein und die soll auch genau die gleichen Verzierungen haben, beziehungsweise soll auch gedrechselt aussehen wie dieses Ding. Und was ist da besser, als eine Vorlage zu nehmen, die man schon hat, die man einfach nur zu fotografieren und quasi abzukupfern braucht? Genau das machen wir. Dazu sind wir noch vielleicht ein bisschen weit weg. Wir schnappen uns also mal das Zoom-Werkzeug und gehen ein bisschen dichter ran und müssen jetzt ein Objekt entwerfen, das genau diese Outlines hier hat. Damit wir das mit dem Pfad tun können, zoome ich noch mal ein bisschen weiter raus und hole mir eine Hilfslinie. Über Command-R könnt ihr diese Lineale ein- und ausblenden. Die meisten Leute, die ich kenne, haben die sowieso dauernd eingeblendet. Mich würden sie stören, aber warum auch nicht? Jetzt brauchen wir sie sogar, denn jetzt ziehe ich mir aus diesem Lineal hier eine Hilfslinie und da die magnetisch ist, packt sie sich genau hier in die Mitte, rastet dort sogar ein und damit habe ich mein Objekt quasi in zwei Hälften zerteilt. Und jetzt kann ich anfangen, mit dem Pfad zu arbeiten. Weil man mit dem Pfad schnell fertig ist und dann völlig enthusiastisch weitermacht, vorher noch eine kleine Vorbereitung, legt euch bitte eine leere Ebene an. Die sollte auch aktiv sein. Dem Pfad ist es wurscht, in welcher Ebene er unterwegs ist. Der ist nicht an eine bestimmte Ebene gekoppelt, aber das weitere Vorgehen wird mit der jeweiligen Ebene was zu tun haben. Also machen wir doch am besten gleich eine neue leere Ebene auf. So, jetzt aber ran. Hier, schön dicht. Immer gut für den Pfad, wenn man sehr dicht an das Objekt rangeht. Ich hole mir den und fange hier genau hier oben an zu arbeiten. Achte vielleicht noch drauf, dass ich an Hilfslinien ausrichten angeklickt habe, damit mein Pfad auch schön an die Hilfslinie ranznuckt. So, hier oben, dass er auch genau die Hilfslinie trifft. Und das heißt wiederum, dass wir später ein sehr schönes, genau, waagerecht stehendes und ohne irgendwelche nutzlosen Löcher befindliches Objekt haben. So, mit dem Pfad umzugehen ist relativ easy, wenn man, wie ihr hier sehen könnt, das sogenannte Gummiband verwendet. Das ist hier oben zu sehen. Ohne Gummiband seht ihr nicht, wo der nächste Punkt gesetzt wird. Mit Gummiband sieht man das sehr deutlich. Setzt hier vielleicht mal den nächsten Punkt und zieht dann tangential, also immer in Richtung einer Tangente, die man an diesem Punkt legt. Und dann kann man damit wirklich super gut arbeiten. Es sei denn, man macht so wie ich und rutscht ein bisschen zu weit. Ich hätte mal lieber hierher gesetzt den Punkt. So, nochmal tangential ziehen. Und dann ist die zweite Kurve deutlich besser zu machen. So, und hier die letzte. Damit habe ich die Kuppel quasi schon mal fertig. So, jetzt zieht ihr einfach weiter. Je größer der Schwung ist, den ihr hier habt, desto weiter können auch die Punkte auseinandergesetzt werden. Trotz allem, jetzt habt ihr gesehen, habe ich hier einen kleinen Fehler produziert. Das mache ich immer grundsätzlich alles am Schluss erst. Also ich werde nicht versuchen, jeden Einzelnen gleich zu korrigieren, sondern das passiert immer erst, wenn ich mit allen Fehlern fertig bin, sozusagen. Und da wir hier ja nicht lange daran arbeiten, wird das ja auch gleich der Fall sein. So, jetzt müssen wir hier nochmal draufziehen. Und ihr seht, das funktioniert ganz prima. Wundervoll. Bis hier unten hin setze ich das Teil. Jetzt kommt hier mein Schlenker nach rechts rüber. Jetzt kommt der nächste bis hier unten hin. Dann der vorletzte bis hier unten hin. Ich mache das ein bisschen eckiger hier, macht aber nichts. Hier nochmal eine schöne Rundung mit einer Gerade. Und dann biege ich quasi hier auf die Zielgerade ein und setze hier unseren letzten, nein, den vorletzten Punkt, denn der allerletzte ist natürlich die Verbindung mit dem Pfad nach oben hin wieder. So, gehen wir es nochmal schnell durch. Hier könnte man noch ein bisschen was verbessern. Also gehe ich hier zu meinem, nein, nicht das Punkt umwandeln Werkzeug, sondern ich brauche das hier, das Direktauswahlwerkzeug. Direktauswahlwerkzeug, klicke hier drauf und wäre wahrscheinlich besser gewesen, das Direktauswahlwerkzeug auch genau zu treffen. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Und kann hier nochmal ein bisschen diesen Punkt versetzen. So, hier. Soll ich den ganzen Pfad versetzen? Na, dazu muss ich jetzt wieder mit dem schwarzen Pfadauswahlwerkzeug hier draufklicken und den Pfad wieder etwas nach oben versetzen. So, jetzt passt er wieder. Jetzt wieder, ah, das ist umständlich, ne? Fürchterlich. Direktauswahlwerkzeug hier nochmal drauf. Aber jetzt habe ich das Ding wunderschön im Sack. Genau so hätte ich das gerne. Okay, damit ist der Pfad fertig. Wir gucken uns den mal an. Am besten mal ohne das Objekt. Zoomen mal raus durch einen Doppelklick auf die Hand. Jawohl, das ist genau die Silhouette unserer Pfeffermühle. Damit aus dem Pfad auch wirklich eine Pfeffermühle wird, müssen wir noch eine Kleinigkeit tun. Müssen also jetzt drüber gehen zu 3D. Müssen bei 3D festlegen, was wir wollen. Als Quelle den Arbeitspfad wählen und danach auf Erstellen klicken. Dann haben wir ein Objekt, was ein bisschen strange aussieht am Anfang. Nämlich so. Ist aber schon im Prinzip, was wir brauchen. Nur leider sieht es eher aus wie ein Stück Architektur. Ist auch nicht rund. Aber wir haben ja auch die Form der Extrusion noch nicht ganz genau bestimmt. Das bekommen wir dadurch, dass wir auf das Mesh selber klicken. Hier das Mesh. Beziehungsweise die Gruppe, wo sämtliche Materialien drin sind. Oder die diesem Mesh untergeordnet sind. Und als Formvorgabe wählen wir jetzt nicht irgendwas von hier oben, sondern wir wählen den Rotationskörper. Den hier. Sieht schon besser aus. Sehr modern noch die Form. Aber wir haben auch noch nicht festgelegt, wo der Rotationspunkt ist. Und der wird im Moment gerade noch, ist er hier auf der rechten Seite. Der müsste aber auf die linke Seite. Und dann haben wir die Pfeffermühle, wie ich mal sagen würde, wirklich 1 zu 1 kopiert. Sieht jetzt so aus und hat noch kein Material. Ist aber ansonsten genau die Pfeffermühle, die wir brauchen. Ganz so grau möchten wir so eine Pfeffermühle natürlich nicht haben. Sondern wenn sie gedrechselt ist wie die, dann ist die normalerweise aus Holz. Das ist eine Technik, die man mit Holz wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, 200 Jahren schon herstellen konnte. Sieht sehr traditionell aus. Hat ein bisschen was Barockes durch diese schöne gedrechselte eben. Genau, aber dann wollen wir natürlich auch sehen, dass Holz auf diesem Material drauf liegt. Dazu müssen wir erstmal hier in die eigenen Materialien dieser Pfeffermühle reingehen. Und da seht ihr, dass es eine ganze Menge verschiedene Materialien sind, die teilweise noch nicht mal mehr einen großen Sinn machen. Also die aufgeblasene Vorderseite und die Rückseite, die ist da zwar irgendwo drin integriert, aber die ist nur dann sinnvoll, wenn wir eine lineare Extrusion haben. Also wenn wir eine Extrusion haben, ich zeige es euch nochmal, die nicht hier dieses Objekt hier berücksichtigt, also dieses Rotationsobjekt, sondern die so aussieht, dann gibt es ganz klar definierte Vorder- und Rückseiten. Aber die haben wir hier natürlich nicht mehr. So, es ist nur noch ein Material interessant, das ist das mittlere, das nennt sich auch noch Extrusion. Das ist das Material, was wir brauchen. Und wenn wir das anklicken, sehen wir bereits, dass hier im Diffuskanal etwas drin ist, also eine Textur drin ist. Das kann sein, dass sie leer ist, die Textur. Es ist aber zumindest eine angelegt, was man hier an diesem Ordner-Symbol sieht, weil da ja offenbar etwas drin liegt im Vergleich zu den beiden anderen, die leer sind. So, und wenn wir da was drin haben, dann spielt dieses Grau hier vorne überhaupt keine Rolle. Ihr könnt das Ding auch knallerrot machen. Das geht. Und wenn es dann tatsächlich funktioniert, dann nur deswegen, weil offenbar wirklich diese Textur hier drin leer ist. Leer heißt, wir müssen sie jetzt ersetzen, diese leere Textur, durch etwas anderes. Und das kann eigentlich nur dieses Holz hier sein. Holz findet ihr ebenfalls in den Arbeitsdateien. Das ist nichts weiter als eine fotografierte Holzplatte. Es gibt so einen ganz leichten Verlauf hier von oben rechts dunkel nach unten, links ein klein bisschen heller, aber das ist nicht dramatisch. Versucht so etwas möglichst scharf, möglichst plan zu fotografieren. Das habe ich gemacht und das öffnen wir jetzt. Zack, und dann legt sich dieses Ding wunderbar um unsere Pfeffermühle drumherum. So, jetzt sind wir also ganz gut dran. Das sieht prima aus. Wenn man es bewegt, wird es ein bisschen rauer, das Ding. Einfach nur, weil Photoshop am Rechnen ist. Sobald ihr jetzt wieder loslasst, wird es wieder sehr, sehr glatt hier drauf gelegt. Kann natürlich sein, ihr sagt, im Moment, das ist mir noch zu wenig Holz. Eigentlich dachte ich, dass es da quer drauf liegt und nicht längs. Dann müsste man die Orientierung der Holzfasern richten, also gerade andersrum machen. Und das könnt ihr dadurch tun, dass ihr die komplexe gesamte Textur dreht. Also, wieder auf die Materialien drauf, auf genau dieses Material. Wir gehen auf Textur bearbeiten. Dann geht die als eigene PSB-Datei auf. Jetzt können wir sie einmal komplett auswählen und Bilddrehung dafür sorgen, dass sie entweder 90 Grad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Dann machen wir sie wieder zu. Wir speichern das natürlich. Und dann werdet ihr sehen, dass es diesmal ganz anders passiert. Hier zieht man auch sehr viel mehr von diesen Jahresringen. Ist ehrlich gesagt, ich vermute mal, zum Drechseln so nicht so einfach. Man wird sie wahrscheinlich eher so in Faserrichtung drechseln wollen. Also, ich mache das wieder rückgängig, weil sie mir so besser gefällt. Aber es wäre auf jeden Fall möglich, das natürlich auch quer dort drauf zu legen. Jetzt haben wir hier hinten noch ein kleines Problem. Haben wir das? Ne, haben wir nicht. Ich dachte, das sah gerade so aus, als ob wir hinten ein Problem haben. Aber wir haben hier offensichtlich den Falz, den Schnitt. Also, das ist die Ecke hier, wo die Rückseite und die Vorderseite, also die linke und die rechte Kante des Materials zusammenstoßen. Macht aber nichts. Diese Kante sollte nur nach Möglichkeit eben nicht vorne zu sehen sein, sondern die legen wir schön nach hinten. Ganz reichen tut mir das natürlich noch nicht, was wir jetzt haben. Denn ich finde es trotz allem ein wenig, naja, noch zu glatt. Also, so glatt sind die tatsächlich manchmal, diese Mühlen. Aber ich hätte sie gerne ein bisschen holziger, ein bisschen realistischer. Auch wenn wir dichter rangehen, sieht man, ja, es ist jetzt nicht so toll. Schon schön, ja, aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also gehe ich wieder zurück zu den Materialien und lade in den Bump Map, in den hier, eine neue Textur. Da gibt es also keine, die man entfernen kann. Ihr könnt es kaum lesen, aber hier oben steht, neue Textur. Und, haha, nein, wollte ich nicht. Ich wollte keine neue. Ich wollte eine Textur laden. Und darum geht es. Also nicht eine neue, weil leere Textur, sondern ich lade eine Textur. Und das kann nichts weiter sein, als natürlich das Holz nochmal. Genau in den gleichen Kanal, erst in diesen Bump Map Kanal geladen wird. Und was dann folgendes tut. Ihr seht noch nicht so viel, aber wenn wir jetzt mit dem Bump mal nach oben fahren. Na, jetzt sieht man es ganz deutlich. Na, jetzt sieht man auch hier oben, wenn wir mal etwas weiter runterfahren. Sehr schön, wie die Holztextur hier tatsächlich nun hervortritt. Und das sieht nochmal ein Stückchen mehr nach Holz aus. Na, also immer dann, wenn ihr ein solches fotografiertes Material geladen habt, sowas, was nicht nur eine farbige Oberfläche hat, sondern auch eine greifbare haptische wie Holz, dann ist es eine gute Idee, in den Bump Channel die gleiche Datei nochmal zu laden. Zwar werden dann nur die Luminanzunterschiede ausgewertet, also die Farbe spielt keine Rolle. Aber ihr könntet ja auch eine Schwarz-Weiß-Datei reinladen. Müsst ihr aber nicht, denn die Luminanzwerte werden so oder so als einziges ausgelesen und daraus dann diese Pseudo-Höhenunterschiede berechnet. Ja, damit sieht das Ding doch schon mal ganz gut aus. Wir schauen es uns nochmal im Ganzen an. Und ich würde sagen, wir haben eine ganz prima Pfeffermühle zusammengebaut. Es ist schon toll, wenn man so ein Ding gebaut hat, aber richtig gut brauchen kann man es ja erst dann, wenn man dafür eine Verwendungsmöglichkeit hat. Also wenn wir für diese Pfeffermühle ein Hintergrundbild haben oder eine Szene haben, wo wir sie auch gut verwenden können. Die haben wir und ohne diese Pfeffermühle, werdet ihr gleich sehen, sieht es tatsächlich ein bisschen dröger aus. Und deswegen würde ich die ganz gerne mal öffnen und mal gucken, was wir da mit dem Ding anfangen können. So, das ist zu öffnen hier. Datei öffnen. In den Arbeitsdateien findet ihr hier die Küche. Das ist eine sehr unscharfe Aufnahme einer Küche, aber nur an einem Punkt. Da ist sie eben doch scharf. Das ist hier vorne und das ist genau der Punkt, wo wir diese Pfeffermühle, zumindest mal die scharfe Variante, einbauen können. Kann man natürlich auch nochmal unscharf machen. Das schauen wir uns einfach mal an. Ja, und fangen jetzt mal an, das Ding hier reinzubringen. Wir haben hier noch diese Mühle. Das heißt, ich klicke die Küche an, dem das Verschieben-Werkzeug und ziehe einfach hier aus der Mitte heraus auf diese Mühle drauf, bis sie aufgeht. Und lasse jetzt nicht los, sonst ist das Bild verloren, sondern ziehe hier in die Mitte der Aufnahme rein. Erst jetzt lasse ich los und jetzt seht ihr, dass da tatsächlich die Aufnahme gelandet ist. Sehr schön, genau in der Mitte. Wunderbar. Wir stören uns mal nicht daran, dass die Pfeffermühle viel zu groß ist. Wir freuen uns eher darüber, dass wir die Arbeitsfläche nicht vergrößern müssen, weil die Arbeitsfläche größer ist als diese Küchenaufnahme. Das kann man jederzeit immer noch machen, sondern gehen zu den Ebenen und bringen diese Pfeffermühle, die ich jetzt auch mal so nennen möchte, Mühle, nach oben. Die hieß gerade noch Ebene 1, deswegen, weil aus der Ebene 1 dieses Objekt entstanden ist. Aber da kommt man irgendwann durcheinander, also benennt das am besten, dann ist das aufgeräumt und ihr wisst jederzeit, was ihr tun wollt. So, ich ziehe das mal nach oben und jetzt können wir dichter ranfahren an die ganze Szene. Und zwar 2D-mäßig, weil mir die Aufnahme noch zu klein ist. Also einfach mit gedrückter Command- bzw. Steuerungstaste und Plus ein bisschen dichter an die Szene ran. Und jetzt gehen wir wieder auf die Mühle und machen die kleiner. Müssen also mit der Kamera, der 3D-Kamera, weiter von ihr wegfahren. Andersrum, so rum. So, und jetzt müssen wir das Ding irgendwo mal hinstellen, sodass es von der Größe her passt. Ich würde mal sagen, hier an der Stelle sind wir da gar nicht so schlecht. Sieht ganz vernünftig aus. Ich glaube, da können wir erst mal bleiben. Ich nehme mal das Rotieren-Werkzeug. Guck mal, ob wir da noch was Besseres hinkriegen. Und könnte mir jetzt versuchen, hier noch den Horizont rauszukriegen. Aber das lassen wir mal. Also so sind wir zu steil, so zu flach. Und ich stelle sie mal so hin, dass ich glaube, dass es gut aussieht. Okay. Und ich glaube, dabei kann ich es erst mal belassen. Das ist ganz okay. Jetzt sind wir übrigens auch in der Lage, mit dem Freistellen-Werkzeug die ganze Geschichte mal freizustellen. So, da seht ihr diese magentafarbenen Linien. Die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu verwenden. Das sind magnetische Hilfslinien, die dafür sorgen, dass sich das Werkzeug an irgendwelchen im Bild vorhandenen Linien festhält. Unter Ansicht, Anzeigen, findet ihr diese intelligenten Hilfslinien. Also setzt da einfach ein Häkchen, dann ist das einfacher. So, gefällt mir so. Ich finde nur, dass wir vielleicht noch in den Vordergrund oder in den Hintergrund eine zweite Mühle schieben könnten. Und mache das auch mal, indem ich hier draufklicke mit gedrückter Control-Taste hier versuche weiterzukommen. Feststelle, das geht nicht. Dann zu 3D rübergehe. Jetzt müsste es funktionieren. Hier heißt hier immer noch Ebene 1, aber ich nenne das auch hier mal eben Mühle. So, damit wir auch hier wissen, was das für ein Mesh ist und mache das gleiche nochmal. Also gedrückte Control-Taste hier drauf. Dann seht ihr, dass wir das Objekt duplizieren oder instanzieren können. Das heißt, nein, ihr seht es nicht. Ihr würdet es erst sehen, wenn ich hier mal ein bisschen Platz mache. Jetzt nochmal hier draufklicke. Dann seht ihr, wir können eine Instanz herstellen, die genauso reagiert wie das Objekt selber. Aber das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Ich nehme lieber mal ein Duplikat und erstelle das einfach mal. Ja, dauert ein bisschen, bis wir ein Duplikat haben. Aber gleich seht ihr, genau haben wir hier die Mühle und die Mühle 1, die natürlich an genau der gleichen Stelle existiert. Ja, mal ein bisschen größer, dass wir hier das Ding auf die Seite schieben können. Und ja, das müssen wir jetzt tun. Wir müssen also wieder zurückgehen zum Bewegen-Werkzeug. Denn dann steht uns hier diese gesamte 3D-Bewegungs-Arie hier zur Verfügung. Und ich klicke so lang, nein, ich klicke nicht. Ich fahre einfach drüber, bis ich diesen schmalen Streifen bekomme. Und bei diesen schmalen Streifen weiß ich genau, wenn ich daran ziehe, dann ziehe ich das Ding auf die Seite. Ja, wunderbar. Jetzt schiebe ich hier an diesem blauen Pfeil ein bisschen weiter nach links rüber. Und jetzt wieder nach hinten. So, ungefähr an dieser Stelle noch ein bisschen weiter rüber. Da hätte ich sie gerne. Jetzt haben wir nur natürlich die Tatsache, im Moment noch nicht wirklich in Betracht gezogen, dass wir dort hinten eine gewisse Unschärfe haben. Hier vorne ist es scharf. Ihr seht es auch an der Struktur des fotografierten Holzes, dass es hier scharf ist. Dort hinten ist es unscharf. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Kamera mit Tiefenschärfe arbeitet. Ich ziehe mal die 3D-Palette, das 3D-Bedienfeld wieder dahin, wo es hingehören soll und klicke jetzt auf die aktuelle Ansicht und wähle eine Tiefenschärfe. Wie tief, weiß ich noch nicht genau. Ich probiere es einfach mal auf ungefähr so viel. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob wir da auch richtig landen, weil die vordere Mühle sollte sich ja nun gar nicht verändern. Deswegen haue ich mal richtig viel Tiefenschärfe rein und dann sieht man, die ist auch schon ein bisschen unscharf. Das müssen wir jetzt wieder über den Abstand regeln. Und jetzt seht ihr, dass bei 0,4 etwa die vordere scharf ist, die hintere unscharf. Ach, das ist vielleicht ein bisschen viel. Werden wir gleich sehen. Und ich mache mal ein Testrendering. Ich schnappe mir also hier das Auswahlrechteckwerkzeug und gucke mal, ob diese Unschärfe, die wir jetzt für die zweite Mühle haben, zum Rest des Bildes passt. Das muss einfach optisch passen. Dann ist es okay. Wir rendern. Gucken da mal drauf. Dauert ein bisschen, bis das losgeht. Jetzt geht es los. Ja, und ich finde, das darf noch ein klein wenig unschärfer sein. Abgesehen davon finde ich außerdem, dass wir mit dem Licht ein bisschen sehr kontrastreich unterwegs sind. Diese beiden Dinge möchte ich noch ändern und dann können wir final rendern. So, ich hebe also meine Auswahl wieder auf. Erst die Escape-Taste drücken, damit das Rendern aufhört. Dann Auswahl aufheben. Und dann müssen wir natürlich als erstes mal das Licht richten. Zum Licht richten brauchen wir das Lichtfilterknöpfchen. Da ist ja auch nur ein Licht drin. Und das Raytracing schafft es nicht, diese Seite hier so stark aufzuhellen, dass sie dem Rest des Bildes, dem sehr hellen Charakter des Bildes entspricht. Also brauche ich eine zweite gerichtete Lichtquelle. Klicke hier drauf. Nach unten leider klappt dieses Menü auf und ein neues gerichtetes Licht entsteht, wenn ich diesen Befehl einfach wahrnehme. Dann müssten wir jetzt das zweite Licht haben. Dieses zweite Licht kommt natürlich ein bisschen doller an. Erstmal klicke ich hier drauf zur Ansicht verschieben. Manchmal kommen die Lichtquellen so auf die Welt, dass sie bereits zur Ansicht verschoben sind. Das bedeutet einfach nur, dass sie lotrecht auf das Objekt drauf strahlen. Denn genau das möchte ich. Ich möchte ja schließlich aufhellen von vorne, also als würde ich einen Aufhellblitz in die Szene schicken. Das zweite, was wir machen müssen, wir müssen nur für diese Lichtquelle den Schatten wegnehmen, denn ich will ja keinen Schatten sehen. Nur dafür möchte ich den Schatten sehen. Und wenn der jetzt gerade vorübergehend nicht zu sehen ist, macht euch nichts draus. Beim Rendern wird er wieder da sein. Also für diese Auffälligkeit kein Schatten und die Intensität sollte irgendwo bei nicht viel, so was ungefähr 20 Prozent liegen. Jetzt haben wir auch hier eine schöne Zeichnung drin, nicht nur einen schwarzen Schatten. Die Unschärfe wollte ich noch ein bisschen stärker, das hatte ich glaube ich schon gesagt. Also klicken wir wieder auf die Szene, wieder auf die aktuelle Ansicht und ich erhöhe die Tiefe noch ein klein wenig auf, na doch so was, sieben, siebeneinhalb ungefähr. Jetzt schauen wir uns mal das gesamte Bild an und rendern das und dann bin ich mal gespannt, ob meine Pfeffermühlen jetzt besser zusammenpassen. Man muss mindestens einen Durchlauf abwarten. Jetzt kann man es glaube ich schon ganz gut beurteilen. Ab dem zweiten Durchlauf seht ihr, dass die Körnigkeit nachlässt und dann glaube ich, können wir die Szene erstmal so stehen lassen. Also auf diese Art und Weise könnt ihr 3D-Gegenstände in ein bestehendes Bild einfügen und dafür sorgen, dass eine an sich nicht so dolle, vielleicht ein bisschen langweilige Aufnahme deutlich interessanter aussieht. Also auf diese Art und Weise geht es ja. Vielen Dank.